bamba 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 ja und da hat sich willkommen zurück zu let's play minecraft mit nevergast sind wir wieder in der letzten folge haben wir hier ordentlich angefangen bauen ich hatte kein essen mehr genau ich hatte kein essen mehr und wo befanden auf welche seite befinden wir uns gerade die befinden uns alles klar hier ist der eingang genau moment ich schaue ob ich essen dabei habe hier noch hoch das war jetzt gerade mein ich weiß ich habe uns gesehen hat das war gerade kaspersky was haben wir denn hier komplett das einmal die aufnahme rein ich glaube ich habe nicht zum anpflanzen irgendwie wenigstens anpflanzen irgendwo nicht wirklich gern wir werden jetzt natürlich abkürzen und zwar machen wir einen behaupteten sprung ins nirgendwo wir leben von mir also das war knapp wie damals wirklich überlebt ja es geht jetzt weiter wir sind neuen aufnahme folge 600 kam gestern raus nachher durch folge 601 veröffentlichen und auch mal haben wir schon mal rot aber nicht oder in der bestimmt nicht schön ist ja noch mal hier an dann vermehren die sich hinten nämlich auch mal warum nicht aber eine riesen riesen pilzer ist auch so so das ist doch schon mal so okay bisschen rohes hühnchen damit ich wenigstens den weg überlebe das habe ich nicht vergiftet genau das hatte ich nicht vor hier muss ich später nochmal durch deswegen habe ich mir einfach mal weg gleich da weil hier kommt ihr später wo ich glaube ich wollte ich gar nicht machen ich glaube von hier wollte ich gar nicht hereinkommen ich stehe unser pferd na heute was machst du hier oben hier ist die bank gewesen noch ich möchte aber etwas zu essen haben und da ist das farmhaus genau das richtige und da werden wir jetzt gleich mal ein neues farm und wenn wir mal hier hinten sind und diesmal habe ich doch hoffentlich stoff für eine moment diesmal haben wir bretter dabei dings halt und können uns ist was weil ich gerade so gut drauf bin machen wir uns mal eine goldhacke und wir machen uns eine normale holzhacke wird es nämlich hier ordentlich habe ich das letzte mal gar nicht angepflanzt na höch na höch merchen wo seid ihr möchen kippesküchlein bauen wir zeugs oh jetzt geht's voll ab hier hier kommt das gold das ja so geht aber hier habe ich die karten rein ja so was ich eigentlich sagen wollte ich glaube ich weiß was das ist dass mir manchmal so ein minecraft so ein bisschen die lust nimmt momentan also nicht ersparen sich das habe ich nicht gewundert ich hatte ja schon mehrmals gesagt dass ich bei minecraft so dann so ein leichtes gefühl verspür ich glaube es ist so ein bisschen die musik die momentan nicht mein geschmack ist ich höre doch momentan jetzt eher so gamer musik richtig aber das kann ich ja nicht ins minecraft display einbauen das geht ja nicht dann könnte ich ja das video nicht monetarisieren oder vielleicht sogar gar nicht hochladen und beides ist mir doch ein bisschen ne also ist ja nichts verkehrtes gehen die jäger von kaputt nö ok so holen wir uns mal die ganze verpackung hier vom feld äh deswegen habe ich auch neue musik drinnen ähm wie das zum beispiel und das passt ja eigentlich ganz cool ist auch gemafrei äh wer die seiten haben möchte ich schreibe die natürlich immer wieder wenn ich neue musik habe kommt das alles unten rein in die video beschreibung einfach mal durchlesen da stehen so die wichtigsten dinge zu den spielen die momentan spiele müsste ich glaube ich aktualisieren mal wieder ich habe jetzt ein neues so hat es auch wenn dann hier dann gucken wenn man eine giftige dabei hatten okay nur keine einzige giftige kürze und ich will mich auch hier was habe ich doch ich habe bestimmt glück 3 passiert mir nicht bei glück 3 den machen bringt nichts gern mal wie gedacht auch das bringt nichts das ist das ist vielleicht so wie schneller geht oder geht es mit dem schwert ich werde jetzt am schnellsten das ist gut oder vielleicht doch mit der hier ich weiß genau so schnell okay nehme ich das warum denn nicht und es baut sich dabei dadurch nicht mal ab ist auch nicht schlecht so 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 mal hier mal gucken ja aber mich zum beispiel weiter nur einer ok alles klar und der nächste kürbis dem auch gleich mit melonen und auch das müssen wir mitnehmen weil wir keine bücher mehr haben die habe ich ja alle verballert habe ich alle gelöscht jetzt die bücher ist nicht so schlimm macht ja nichts mehr ich habe dafür in game mode 1 habe ich ja dafür ein bisschen was gemacht was ich nicht hatte an büchern dann gleich 12 keinsten fall die bücher aus die wir hatten an sich aber wen interessiert denn das bitte schon so auch irgendwelches da waren haus gehabt und dann habe ich mich jetzt hier mal ganz kurz diese knochenpulver drauf schön haben auch das geschafft gehen hier rein und lagern oben wieder den rest die man nicht brauchen und ich meine wir haben ja wirklich viel hier wenn man das mal angucken kartoffeln haben wir hier jetzt noch so viele möhren kommen wieder neue dazu so zuckerrohr kommt ja ich nicht rein giftige größe habe ich noch zuckerrohr kommt hier rein nämlich das haben sie es neu gemacht oder das haben sie das haben sie auch neu gemacht da habe ich ja gut das frauen sich die hier bei euch noch und den bei euch auch noch dann ist vielleicht sogar ein paar mitnehmen kürbisse küchlein kürbis normal küchlein kürbis achso es gibt ja gibt es auch küchlein kürbis kuchen normale kuchen gab es noch eine art von kuchen ne kürbiskuchen auch mal die ganze ecke kürbisse ich habe mal den kürbiskuchen gemacht kürbis milch und eier gell oder war das meinten ich weiß es gerade gar nicht mehr wer aber meine option das wieder auszuprobieren dass wir dieser so ein bisschen bäuerlich betätigen hier haben wir noch ein paar karten die wir jetzt hier reinhauen können dass die karten sogar fast voll siehst du mal und die haben sogar noch ein paar 80 kartoffeln wollte ich mitnehmen genau das haben wir noch so zuckerrohr papier schokokiste weizenbrot blumen da war natürlich mehr an von blumen wenn man natürlich hier so rein und so lange ich so weniger anpasst das immer das wäre einer gewesen so kann man es hier so einpacken hier war doch 100 programm so wie drin ne der wer tot du machst du hast keine ahnung ich gehe mal aus das kann ich sein hier mich spammt mich gerade mein kaspersky zu lasst mich keiner mag euch wow mag ich wirklich keiner wisst ihr das eigentlich oh mein gott wir müssen eh ein paar level machen da ist es ganz ok na was ist wunderschön dann du wirst natürlich nicht geschlachtet mein kleines schafi 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 aber du stirbst du schwein kennt ihr das dusch schwein so hier ging es doch reinge genau drinnen dürften theoretisch keine zombies bauen zumindest sollte es genauso gebaut sein dass keine zombies bauen können sieht aber auch gut aus erscheint so als eine nix bauen kann tut momentan wo er draußen bambam 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 nicht dabei einem gemüse verschwinden spinn verschwinden schwindschwinden schwindschwinde spinn doch doch keiner mag euch ich mag mich keiner hört auf keiner kann euch leiden nicht so freundchen die knochen hätte ich gerne habe ich schon okay und die hündchen überpopulation ist echt krass hier muss ich ja was sie sagen ohne hexe die hat sich nicht mehr gewehrt weil es tag war wahrscheinlich so okay noch ein ei ich würde gern ein paar hühner mit hochnehmen deshalb die eier stirbt doch einfach so für eier habe ich gerade aufgesammelt ich habe sieben also ich bräuchte hätte möchte gerne zwei hühnchen oben haben einfach um ein bisschen population bei kühlen und soll kriegst du da schlecht hoch wirklich also wird so schnell nichts das könnte jetzt mein sicherer tod sein wenn ein körper in der explodieren würde und da ist einer jetzt noch ein bisschen schnell machen wovor wirklich kommt das wir in ruhe keine marktisch ja 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 was hier hoch jetzt ist wirklich richtig aus wie eine baustelle hier wie es halt aussehen muss ich freue mich ich freue mich jetzt als nächstes hühner erstmal werfen die werfe ich nicht hier sondern die werfe ich im zweiten geschoss ja genau im zweiten geschoss dann hauen sie nicht so schnell ab genau diese hühner werden da nicht so schnell abhauen und da bekomme ich einen anruf rein ich muss mal ganz kurz sagen bis gleich